Im Oktober 2018 habe ich mir einen Laptop für 200 Euro gekauft, mit dem ich Sachen für die Uni erledigen will und das auch seit dem Tour. Die Frage ist, hat sich das gelohnt? Würde ich das wieder machen? Bleib dran! Also, ich habe mir den HP14CK0100NG zugelegt. Bei Notebooks billiger liegt er gerade so bei 220 Euro, aber er war auch schon mal kurzzeitig auf 199 Euro. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht viel erwartet und wollte es einfach mal ausprobieren. Wenn er eine Katastrophe gewesen wäre, hätte ich ihn auf Problemmus zurücksenden können. Außerdem habe ich das Gerät ohne Betriebssystem bekommen. Das heißt, wenn man auf das Laptop noch Windows draufziehen möchte, muss man mit ein paar Euros mehr rechnen. Kommen wir doch gleich mal zum Gerät selber. Also, wir haben, wenn wir mal auf die Hülle schauen, ein Plastikgehäuse, was jetzt wirklich nicht unbedingt nach dem Premium-Modell hoch 20 aussieht, muss man sich eingestehen. Aber ich denke, liegt auch immer im Auge des Betrachters und meistens will man dann mit so einem 200 Euro Laptop, denke ich, nicht angeben. Wir haben ein 14 Zoll großes Display. Das heißt, das Laptop ist sehr handlich, leicht mitzunehmen und wirklich perfekt für einen Außeneinsatz. Das Gerät wiegt 1,47 Kilogramm. Das geht eigentlich, ist eigentlich sehr leicht und kann man auch bedingungslos mit einer Hand zum Beispiel einer anderen Person oder sowas geben. Also, auch relativ leicht zu tragen. Und an der dicksten Stelle ist das Gerät knapp 2 Zentimeter dick. Ist jetzt nicht das dünnste, aber ich denke, ja, es geht vollkommen klar. Auf der linken Seite haben wir einen USB 2.0 Anschluss, einen SD-Card Reader, eine SSD-LED und eine Power-LED. Auf der rechten Seite befindet sich der Ladeanschluss, der Ethernet-Port, ein HDMI-Eingang haben wir auch, zwei USB 3.1-Ports und ein Kopfhöreranschluss. Wenn wir uns den Bildschirm näher anschauen, haben wir, wie vorhin erwähnt, ein 14 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln. Das ist eine HD-Auflösung. Die meisten Handys haben mittlerweile sogar schon Full-HD, also 1.920 x 1.080. Aber allerdings muss ich sagen, dass das einem beim Laptop jetzt nicht so auffällt, wenn man jetzt kein 4K-Fetischist ist. Also, ich bin damit super zurechtgekommen und ich denke, in gewisser Weise ist es auch nicht schlecht, dass wir sozusagen eine normale Pixeldichte haben oder eine etwas in Anführungszeichen ältere Pixeldichte, weil eben somit auf Linux noch alle Anwendungen super angezeigt werden. Weil wenn man zum Beispiel eine höhere Auflösung hat, wird alles ein bisschen kleiner angezeigt. Und es könnte sein, dass gewisse Anwendungen zu klein angezeigt werden. Vieles kann man einstellen, aber die ein oder andere Anwendung, wie zum Beispiel GIMP, glaube ich, kann man nicht einstellen. Die Helligkeit des Displays geht auch gut klar. Nicht besonders auffällig hell, aber auch nicht besonders dunkel. Also, ich hatte eigentlich nie durch das matte Display Probleme gehabt, etwas abzulesen. Aber wo die auf jeden Fall gespart haben, ist an der Blickwinkelabhängigkeit. Da merkt man schon, dass das Display nicht das hochwertigste ist. Es ging sogar zu dritt auf dem Sofa einen Film mit dem Ding anzusehen. Aber viel mehr ist da, denke ich, nicht drin. Im normalen Arbeiten hat es mich aber eigentlich nie gestört. Also, schlecht auf dem Papier. Aber für die Praxis ist das eigentlich vollkommen okay. Zur Tastatur selber kann man eigentlich nicht viel sagen. Ich finde, es lässt sich ganz gut darauf tippen. Und ich habe eigentlich keine großen Probleme gehabt. Eine ganz kurze Eingewöhnungszeit. Aber ich denke, das braucht man bei so jeder Tastatur oder bei jedem neuen Laptop. Und dann ließ es sich wirklich sehr zügig schnell tippen. Besonders leise war die Tastatur, glaube ich, nicht. Besonders laut auch nicht. Also, ich denke mal standardmäßig. Und für den Heimanwender und für den normalen Anwender reicht die wirklich vollkommen aus. Und ich habe auch teilweise irgendwie mal 5-6 Stunden am Stück programmiert. Die ganze Zeit geschrieben. Das hat mich jetzt tatsächlich nicht so gestört. Und mir ist auch nichts Negatives aufgefallen. Doch eine kleine Sache gibt es. Und zwar ist die kleiner größer Taste an einer etwas ungewohnteren Stelle. Sie ist nämlich rechts neben der rechten Alt-Taste. Ein bisschen ungewöhnlich. Meistens ist da eigentlich noch eine zweite Super-Taste. Die haben sie sich aber auf dem Modell gespart. Zum Touchpad gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Hat eben zwei Tasten. Die Gesten werden auch wunderbar unterstützt. Also Scrollen, Mittelklick und so weiter. Rechtsklick, einfacher Klick. Geht alles wunderbar. Und kann man eigentlich auch recht wenig zu sagen. Ich denke etwas präziser könnte das Touchpad sein. Aber für den normalen Anwender ist das glaube ich kein großer Unterschied. Oder man gewöhnt sich auch sehr schnell dran. Und ja, mich hat das Touchpad auch wirklich nie groß gestört. Und hat eigentlich auch in der Regel gute Arbeit geleistet. Dann kommen wir doch mal zu den inneren Werten des Laptops. Wir haben einmal einen Intel Celeron N4000 mit 2,6 GHz verbaut. Das ist noch ein Dual-Core mit 4 MB Cache. Das ist schon eine etwas schwächere CPU muss man sagen. Sie wurde im Dezember 2017 vorgestellt. Und nicht desto trotz kann man da mit einigen OpenGL-Spieler flüssig spielen. Mein Test geht zum Beispiel auch noch voll klar. Also so Standard oder so relativ einfache 3D-Anwendungen gehen wirklich auch noch gut mit der CPU. Und da ruckelt eigentlich in der Regel auch nichts. Wobei es dann bei komplexeren Spielen schon ein bisschen aufhört. Also ich habe zum Beispiel American Truck Simulator tatsächlich versucht auf dem Laptop zu spielen. Auf den aller, aller, aller niedrigsten Einstellungen ging das schon. Aber es sah auch wirklich nicht mehr schön aus. Und ja sagen wir so, das Ding ist halt eben nicht auf Gaming ausgelegt. Ist denke ich jedem klar. Aber so einfache 3D-Anwendungen sind da schon noch drinnen. Die Benchmark-Werte vom Prozessor sind auch eher vernichtend. Aber er ist im Single-Core wirklich nicht schlecht. Wodurch denke ich viele auch profitieren werden. Weil viele Anwendungen einfach auch nur in einem Core laufen. Von daher ist es denke ich auch okay. Und das Schöne ist, der Laptop ist passiv gekühlt. Wie wir auch gleich sehen werden, haben wir auch keine HDD verbaut. Wir haben schon eine SSD. Das heißt wir haben keine großen mechanischen Hardware-Teile. Das heißt alles läuft super rund, super leise. Und man hört in der Regel wirklich nichts. Und das ist eine schöne Sache. Wenn die CPU dann doch mal zu heiß werden soll, dann verringert sich der Takt der CPU. Und das habe ich eigentlich nur einmal gemerkt, als ich SuperTux gerade versucht habe in den höchsten Einstellungen zu spielen. Gut, das war dann zu viel. Und dann ist der Rechner auch gar nicht mehr so komfortabel zu nutzen. Aber ansonsten ist mir sowas noch nie aufgefallen. Und ich hatte auch nie Probleme, dass die CPU oder dass der Prozessor irgendwas nicht geschafft hat. Was nicht im Gaming-Bereich gewesen ist. Von daher, ja wirklich kein Problem. Auch auf einem externen Monitor einen Film streamen. Der Monitor hatte glaube ich eine Auflösung in 1920x1080 oder noch eine höhere Auflösung. Das hat auch problemlos funktioniert. Es hat eigentlich nichts geruckelt. Und ja, man konnte sich da wirklich nicht beschweren. Auch wenn der Prozessor auf dem Papier nicht der stärkste ist, reicht er meiner Ansicht nach dennoch komplett aus. Und ich wünsche mir eigentlich noch keinen stärkeren Prozessor. Dann haben wir eine 128 GB M.2 SSD. 128 GB klingen erstmal nicht viel. Aber in Anbetracht der Einsatzzwecke reicht das denke ich komplett aus. Ihr werdet keine Kinofilme damit schneiden. Und ihr werdet auch keine großen Spiele wie GTA oder sowas drauf spielen, die viel Speicherplatz fressen. Und ansonsten sind 128 GB noch eine große Menge. Und ja, muss man sich schon fast anstrengen, die als normaler Nutzer voll zu bekommen. Auch ich hatte eigentlich nie Platzängste auf der SSD. Von daher reicht das für den normalen Anwender komplett aus. Dann sind standardmäßig 4 GB DDR4 RAM verbaut. Der Arbeitsspeicher reicht eigentlich in den meisten Fällen dafür aus. Also ich hatte nur selten Probleme, wenn man zum Beispiel ein Thunderbird auf hat, irgendwie noch Musik laufen hat und vielleicht noch 4, 5 Websites oder sowas offen hat. Und vielleicht noch ein LibreOffice geht das auch noch problemlos, muss man sagen. Also die 4 GB reichen in der Regel eigentlich aus. Ja, WLAN und Bluetooth hat der Laptop auch. Kann man eigentlich wenig dazu sagen. Funktioniert in der Regel zuverlässig. Bluetooth habe ich jetzt selber noch nicht so groß ausprobiert. Aber technisch funktioniert es auch mit Linux Mint. Ich weiß jetzt nicht, ob man dadurch zum Beispiel Kopfhörer anschließen könnte über Bluetooth. Könnte ich mir schwierig vorstellen. Aber ansonsten um Dateien zu übertragen oder andere Dinge zu machen mit Bluetooth geht das wirklich voll klar. Ja, die Lautsprecher von dem Laptop haben mich tatsächlich überrascht. Sie sind relativ laut und klingen auch noch ganz gut. Man sollte natürlich keine Wunder erwarten, doch der Klang ist schon ordentlich. Aber was sie am Klang zu viel ausgegeben haben, haben sie am Mikrofon zu wenig ausgegeben. Es ist zwar ein Mikrofon vorhanden, aber ich würde euch empfehlen das Ganze nicht zu nutzen. Hier kommt mal eine Testaufnahme. Ja, so klingt das Mikrofon. Ich denke, das ist ganz okay. Manchmal ist da so ein Pfeifen, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten ist das okay, denke ich. Also gar nicht so richtig, wie ich eben gesagt habe in der richtigen Aufnahme. Ich war einfach nur zu blöd, die Lautstärke, Einstellung anzupassen. Ich glaube, das sagt schon alles. Wo HP auch gespart hat, ist unsere Webcam. Sie hat eine relativ geringe Auflösung. Irgendwie 600 mal 400 Pixel oder so. Also die Auflösung ist grotte. Das Bild ist auch grotte. Da ist jede Handykamera von vor 10 Jahren gefühlt besser. Bitte erwartet da eigentlich auch nichts. Jetzt, also zum Videochat, wie gesagt, ist, denke ich, der Laptop eher nicht geeignet. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten großen Punkt. Die Akkulaufzeit, angegeben, ist vom Hersteller eine Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden. Die habe ich jetzt nicht erreicht. In der normalen Benutzung sind es aber auf jeden Fall 5 Stunden. Ich habe es tatsächlich auch schon mal bis 8 Stunden geschafft, als ich nur programmiert habe. Und ich habe auch mal einen Stream auf 50% Bildschirmhelligkeit angemacht. Und da hat der Akku ungefähr 3,5 Stunden gereicht. Ich denke, das ist eine Laufzeit, die ganz okay ist. Jedenfalls gibt es viele Laptops, die weniger Akkulaufzeit haben. In der Regel, meiner Meinung nach, reicht das gut aus. Und wenn man jetzt aber versucht, mit Hardware aufzurüsten, könnte das etwas kritisch werden. Ja, was kann man jetzt alles mit dem Laptop machen? Oder wofür würde ich Ihnen empfehlen? YouTube-Videos oder Twitch-Streams oder ähnliches sind wirklich kein Problem. Auch normales Surfen geht wirklich klar. Ich hatte auch nie Probleme mit der Bildschirmgröße an sich und konnte eigentlich auch noch alles super erkennen. Und schnell war das Ding eigentlich auch im Surfen. E-Mails schreiben, Schreibarbeit, also so Büroanwendungen wie LibreOffice funktionieren auch wunderbar. Kleinere 3D-Anwendungen, die nicht so grafisch aufwendig sind, sind auch noch drinnen. Aber wie gesagt, da sollte man sich eher, wenn man irgendwie viel mit 3D-Anwendungen macht, eher nach etwas teureren Geräten umschauen. Und was natürlich die Stärkung des Laptops ist, man kann ihn sehr gut überall mit hinnehmen. Oder auch ganz einfach gemütlich am Sofa surfen. Es ist sehr klein, sehr leicht. Durch die SSD ist es auch wirklich schnell. Und die Wartezeiten halten sich wirklich in Grenzen. Dann kommen wir zu Problemen, die ich hatte. Und das war am Anfang einmal der WLAN-Treiber mit Linux Mint 19.1 Cinnamon. Das WLAN wurde von Anfang an nicht erkannt. Dazu musste ich den Laptop einmal über das Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden. Habe dann einen passenden Treiber im Internet gefunden, diese heruntergeladen, installiert und dann war das Problem auch beseitigt. Und seitdem funktioniert das WLAN auch echt super. Dann gab es noch ein kleineres Problem. Wenn wir uns die Funktionstasten anschauen, also F1 bis F12, haben wir verschiedene Aktionen auf die belegt. Zum Beispiel Helligkeit erhöhen, irgendwie Lautstärke erhöhen, verringern und so weiter. Eben die Multimedia-Tasten. Und wenn man die standardmäßig gedrückt hat, ohne irgendwelche Zusätze, dann wurden eben schon diese Funktionen ausgeführt und man hat halt eben nicht F1 oder F2 oder F3 somit ausführen können. Um F1, F2 und F3 ausführen zu können, musste man dann dafür die Fn-Tasten drücken. Das heißt, das Ganze ist eigentlich umgekehrt, wie es eigentlich sonst immer war. Aber diese Funktion, habe ich gehört, gibt es doch schon länger bei verschiedenen Herstellern, weil eben die Funktionstasten selber nicht so häufig gebraucht werden vom Benutzer, als zum Beispiel die Lautstärketasten. Von daher hat man das umgestellt, aber das kann man im BIOS auch zurückstellen. Das ist eine Einstellung, ist wirklich nicht viel und geht auch sehr einfach. Dann hatte ich noch ein kleineres Problem mit dem Touchpad. Und zwar hatte ich manchmal das Problem, wenn ich einmal den Rechner hochgefahren habe, dass das Touchpad dann nicht funktioniert hat. Ich sage mal, so eine Wahrscheinlichkeit von 40 bis 50 Prozent. Wann genau das passiert ist, konnte ich leider nicht feststellen. Oder warum das passiert ist, konnte ich leider auch nicht feststellen. Ich weiß es auch nicht, ob es bei Linux Mint oder ob es beim BIOS liegt. Ich denke mal eher, dass es das Linux Mint ist. Ich denke mal eher, dass es das Linux Mint ist. Aber das kann man relativ einfach beheben, indem man ganz einfach den Deckel kurz zuklappt, der Rechner somit in die Bereitschaft fährt, man klappt das Laptop wieder auf und genau, dann funktioniert das Touchpad auch einwandfrei und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Das passiert wirklich nur, wenn man seinen Rechner ausgeschaltet hat und wieder hochfährt, zu einer Wahrscheinlichkeit von 40, 50 Prozent. Ansonsten funktioniert das Touchpad einwandfrei und hat auch nie irgendwelche Aussetzer im Betrieb gehabt. Dann kommen wir zu dem blödesten Problem und zu dem nervigsten Problem. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder am Hersteller. Jedenfalls habe ich ungefähr fünf Wochen nach dem Kauf einen roten Strich im Display entdeckt. Oder jedenfalls kam dieser rote Strich halt zum Vorschein. Das Schöne ist, man sieht ihn nur auf dunklen Hintergründen. Aber ja, ist schon sehr nervig und sieht auch nicht so hübsch aus. Allerdings kann man, wenn man ein bisschen Druck oder ein bisschen gegen diese Stelle dort, naja, schlagen kann man nicht sagen, aber halt eben die Stelle ein bisschen physisch beeinflusst, sage ich mal, dann geht dieser rote Strich dann auch wieder weg. Also ist es irgendwo ein blöder Wackelkontakt im Display selber drinnen, am Rand oder so. Ich denke, es ist eher ein Verarbeitungsfehler. Könnte aber auch daran liegen, dass ich irgendwie das Laptop manchmal zu sehr irgendwo mitgerissen oder mitgenommen habe. Konnte ich mir jetzt aber eigentlich nicht vorstellen. Zwar ist das Laptop wirklich jeden Tag bei mir im Einsatz. Und ja, habe ich auch sehr häufig im Rucksack drinnen. Fahr da mit Fahrrad und so weiter. Kann schon sein, dass es da passiert ist. Aber ja, insgesamt ist das schon ärgerlich. Ansonsten läuft das Laptop super mit Linux mit 19.1 Cinnamon. Ich habe meine gesamte Festplatte verschlüsselt, da ich es ja auch häufig unterwegs dabei habe. Und ich kann sagen, Linux macht da einfach im Großen und Ganzen einen hervorragenden Job. Eben das Touchpad funktioniert nach dem Hochfahren nicht immer. Aber ja, das Problem lässt sich ja beseitigen. Dann kommen wir nach langer, langer Zeit zum Fazit. Also, kurz gesagt, ich bereue meinen Kauf nicht. Als Informatikstudent habe ich damit auch meinen Spaß und es ist komplett ausreichend für mich. Und allerdings denke ich nicht, dass ich den Laptop ernsthaft über 5 Jahre lang nutze. Ich denke, das tun aber die wenigsten, wenn sie viel mit ihrem Laptop arbeiten. Von daher denke ich, geht das auch wieder klar. Ob ich mir dann wieder so eine 200 Euro Kiste kaufen würde, weiß ich ganz ehrlich nicht. Wenn der rote Strich nicht wäre im Display, würde mein nächster Laptop wahrscheinlich auch nicht mehr kosten. Aber gut, jetzt ist er halt drin, weiß ich halt noch nicht. Mal schauen, wie ich dann in 5 Jahren drauf bin. Wenn du dir auch diesen Laptop kaufen willst, ich habe dir einen Link in die Videobeschreibung gesetzt. Für den bekomme ich natürlich nichts. Wenn das Laptop irgendwann nicht mehr verfügbar sein soll und ihr auf der Suche nach einem neuen seid, ja, sucht nach einem Laptop, der mindestens eine SSD verbaut hat, mindestens 4 GB Arbeitsspeicher hat und der Akku eine angegebene Laufzeit von mindestens 8 Stunden hat, dann ist das Ding meiner Ansicht nach zu gebrauchen. Dann sollten ungefähr 5 Stunden mit dem Laptop kein Problem sein. Ja, abschließend will ich nochmal eine kleine Anekdote erzählen. Ein Kumpel von mir hat sich ein Lenovo Yoga für über 1400 Euro sogar importieren lassen, hat darauf Linux drauf gezogen, hat auch wunderbar funktioniert und hat eben für diese 1400 Euro ein Convertible mit Touchpad und Stift. Ja, von der zusätzlichen Leistung profitiert er meiner Ansicht nach im Unialltag wirklich sehr selten. Also könnte ich mir von seinem Geld, was er für das eine Convertible ausgegeben hat, 7 solche Notebooks für 200 Euro kaufen und ich muss sagen, mir reicht auch vollkommen einer. Also es muss nicht immer das High-End Gerät für 800 Euro aufwärts sein, es geht auch mal gerne billiger und sogar viel billiger. Mein Handy zum Beispiel hat mit 230 Euro sogar mehr gekostet. Ich denke, dass man solche Preise nur im Internet findet, also beim Mediamarkt, Saturn und so weiter, wie die ganzen Läden heißen. Dort zahlt ihr eigentlich schon meistens mehr für einen Laptop. Schaut euch einfach mal im Internet um, da gibt es diverse Online-Shops, die in der Regel günstiger sind. Kann natürlich auch mal Ausnahmen geben, wenn es Aktionen gibt, aber passt da jedenfalls immer auf. Aber ansonsten kann ich solche 200 Euro Geräte, wenn man jetzt nicht viel unbedingt machen muss, wirklich empfehlen. Das war es mit diesem Video, ich hoffe euch hat es gut gefallen. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen mit Laptops in die Kommentare und was haltet ihr von meinem Laptop, das würde mich wirklich interessieren. Ansonsten würde ich jetzt gerne wissen, wie dieses Video hier ankam bei euch, was ich vielleicht besser machen kann das nächste Mal, worauf ihr mehr Wert legt, ob das jetzt zu lang war, was ich kürzen soll. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, will mich in der Hinsicht ja noch ein bisschen verbessern. Ja, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Ciao! 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 ! Ciao! Bis zum nächsten Mal.